hallo leute heute noch mal versuch die scheiß let's play zu schaffen weil wenn es jetzt nicht mehr klappt heute wenn es überhaupt nicht klappt dann nehme ich entweder den nächsten teil den zweiten erst mal und das den ersten erst mal paar tage in ruhe und dann wenn es zweiter nicht geht oder dritter teil nicht funktionieren will dann nehme ich noch anscheinend swat 3 auf und ich habe noch vor es noch mal mit black and white 2 zu versuchen weil es gab es einen fehler in der aufnahme aber dann wenn ich decken zwei weit zwei machen dann mache ich die ganzen das ganze tutorial ganz am anfang rausschneiden weil es dauert einfach viel zu lang und mir geht es eher mehr ums spiel also viel spaß jetzt ihr glaubt ich habe mit mir verspült als ich die zerstörung sei oder ich sei nachdenklich geworden als ich merke wie schnell eine heile welt in einen altraum verwandelt werden kann das moment hat es nur alles ich wollte in meine ersten schlacht zu meinem vater rum und lehrer bringen zurück ich habe doch ich in im 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 Schon ein bisschen weiter geschafft, ne? Oh, oh, oh! Ah, ich glaube, heute ist ein guter Tag. Als mein Schwert Blut kostete, wusste ich, nicht durch Töten würde ich die Anerkennung des Vaters erlangen, sondern als der Mann, der zuerst die Schatzkammer des Maharajas findet. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, das musste gerade sein, nicht wahr? Oh, oh. Oh, oh. 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 Ups, falscher Knopf. Das war jetzt Mist. Scheiße. Okay, dann halt noch mal. Aber wo kann ich das nicht überspringen? Ja, ich glaube, ich kann das überspringen, den Knopf. Und das mache ich bestimmt auch. Unlogisch. Halt, halt, halt. Habt ihr gerade den Bug gesehen, ey? Der war jetzt echt unlogisch. Okay, ich glaube, das Spiel wird doch nichts. Aber ich gebe da nicht auf. Nee, nee. Okay. 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 Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. dort wenigstens sind wir schon weiter als wie beim letzten mal